Morgens, 8 Uhr, irgendwo im wunderschönen Südtirol. Ja, Leute! Hallo, was machen Sie hier? Ich zapfe dir ein Bier. Was geht heute ab? Wir spielen heute um 15.15 Uhr, eröffnen die Bühne für Matthias Reim, der nach uns spielt, nicht direkt nach uns, aber er spielt auch heute Abend. Für mich ist das ein sehr, sehr besonderer Moment heute, seit 34 Jahren Fan, ich bin heute Abend Fanboy. Wenn dein Blick nicht deiner ist, wenn du klar dagegen bist, wenn der Zweifel an mir naht, auch wenn dich niemand danach fragt. 12,50 Euro mindestlob. Das wird so geil! Ich bin heute echt freundlich, wie ein kleines Kind freu ich mich heute. Das ist unsere Zeit! Hier kommt unser Veto, verpackt im besten Wärm, sei was an, wenn dich jeder liebt. Denn das ist nicht mein Leben. Dann lieber unter bunten Schafen und ein bisschen aus der Neu, ein bisschen aus der Neu. Als ganz in Weiß und Massenkontro. Hier kommt unser Veto, verpackt im besten Wärm, sei was an, wenn dich jeder liebt. Ah, denn da nimmt sich niemand her. Wir führen der Sonne manchmal zur Neu. Ja... Vielen, vielen Dank Neil! Viel altri interviewing der Fame-Bieter! Berr volunteers! Ja, den Mann! Und Props an Gresi. Gresi, wie machst du das Bier auf? Schreibt es uns in die Kommentare. Ich schaue mal an Matthias Reim. Es wäre schön, mit dem Stefan aufzusehen. Alter, das Ding, das Film bis nach Bremen. Alles zusammen. Der Freitag ist für heute beendet. Denn wir sind für immer.